So, ich bin zurück, ja ich weiß, ich war nie wirklich weg, aber in letzter Zeit gab es mehr Ausflugsvideos wie dieses da als sportliche Geschichten. Warum, wieso, weshalb, ja würde ich sagen, besprechen wir dann gleich einmal nach dem Intro, also bleibt dran. Ja, wie fängt man das am besten an? Woran liegt es, dass ich in den letzten Wochen, Monaten sportlich eigentlich so gut wie gar nicht aktiv war? Ja, wie man weiß, habe ich mich ja im Mai erst einmal verletzt, dann war eine kurze Pause, das ist okay. Es hat ein bisschen gedauert, es war dann ausgeheilt. Ja, aktuell, es plagen mich zwar ein bisschen die Achillessehnen, aber das ist jetzt nichts, nichts Tragisches, also nichts, was sagt, da kann man nicht drüberstehen. Und das Fitnesscenter wäre eigentlich immer gegangen. Liegt es am Zeitmanagement eigentlich auch nicht, denn ich hätte ja die Zeit grundsätzlich, beziehungsweise könnte ich mir die Zeit ja nehmen, mehrmals in der Woche, das wäre ja kein Problem. Eher noch hapert es ein bisschen an der Motivation, dadurch, dass ich nach meiner Verletzung doch massiv an Gewicht zugelegt habe. Und Angst, grundsätzlich Angst. Jetzt nicht, was das Training im Gym anbelangt, da nicht, da ist eher die Motivation und Faulheit. Aber was das Laufen angeht, habe ich einfach Angst. Warum? Angst, dass ich mich beim ersten Lauf gleich einmal wieder verletze, dass man danach gleich einmal wieder irgendwas wehtut, dass ich danach quasi mich aus dem Leben schieße. Diese Angst ist es hauptsächlich, das muss ich schon sagen. Ich muss sagen, es ist eigentlich alles vorbereitet. Ich weiß, wie es ablaufen soll, mein erster Lauf. Ich weiß ungefähr, wie lang er werden soll, sollte. Ich weiß, wo der Weg hingehen soll und so weiter. Also, das ist alles bekannt und ich weiß auch, wie es geht. Ich habe mich nicht nur einmal aussetzen müssen in den letzten Jahren, sondern verletzungsbedingt war das hin und wieder schon mal der Fall und bin jedes Mal wieder reingekommen und habe es jedes Mal wieder einmal quasi zurückgeschafft. Und ja, ich will ja auch, aber irgendwie irgendwas ist in mir, das sagt und findet tatsächlich jedes Mal, wirklich jedes Mal einen Grund, dass ich nicht laufen gehe. Kleines Beispiel, aktuell ist es relativ heiß, auch in der Nacht und ich habe da oft Probleme nicht, aber ich schlafe relativ spät ein, wenn ich einmal schlafe, schlafe, aber bis ich einmal eingeschlafen bin, dauert das halt. Natürlich, dann läutet der Wecker in der Früh und ich könnte aufstehen und sagen, ich gehe jetzt laufen, aber nein, ich stehe auch sogar meistens auf. Das ist der Clou bei der ganzen Sache, das ist der Überhammer. Ich stehe meistens auf, mache eine Standard-Morgen-Routine, dass ich sage, ich versorge meine Katzen und gehe aufs weiße Porzellanpferd. Ich stelle mich auf die Waage, trinke was in der Früh und denke mir, so, du könntest dich jetzt anziehen und es wären ja nur 20 Minuten. Es würde sich rein nur um 20 Minuten handeln, das ist ja nicht einmal lang, da ist man ja gleich wieder da. Und selbst wenn es nur 10 Minuten wären, ich wäre draußen, ich wäre gelaufen. Und 10 Minuten ist besser als 0 Minuten und ich weiß das, ich gehe mir aus. Aber ich tue es nicht, weil ich mir doch, nein, wirklich, so geht es in meinem Kopf dann zu. Er sagt, nein, nein, du warst noch eine Stunde länger aufgestern, als du eigentlich gewohnt bist. Nein, leg dich noch einmal eine Stunde nieder. Geh noch einmal schlafen. Und das mache ich dann auch. Und diese Ausreden oder in dieser Art, das ist eigentlich, das finde ich, fast jeden Tag finde ich sowas. Oder mein Kopf findet in fast jeden Tag sowas. Oder zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss was trinken. So, jetzt eine Gälse sehe ich gerade, die werde ich dann vernichten. Zum Beispiel, wenn ich weiß, am Freitagabend nach der Arbeit oder irgendwann am Abend gehe ich ins Kino. Okay. Und dann denke ich mir in der Früh, ich stehe auf und dann geht es in meinen Kopf, nein, du kannst jetzt nicht laufen gehen, weil du willst ja am Abend dann noch ins Kino gehen und dann bist du vielleicht zu müde und dann kriegst du vom Film nichts mit, weil du einfach viel zu müde bist. Hä? 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 Echt? Und das, 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 das werkt in mir aktuell. Was mir aber zeigt, ich bin auf einem guten Weg, dass ich zurückkomme. Ja? Wenn ich mir schon mal Gedanken drüber mache, über das Ganze. Ich muss mich ja nur einmal aufraffen. Einmal. Es geht nur einmal. Und dann geht's. Und darum mache ich jetzt dieses Video, weil ich raffe mich Montagmorgen auf. Tatsache. Und zwar Montagmorgen, 19.8. Heute, das, was ich da jetzt aufnehme, ist am 18.8. Am 19.8. gehe ich in der Früh laufen. Punkt. So. Und wenn es nur 10 Minuten sind. So. Punkt. Weil danach geht's ins Team. Ich habe am Montag Homeoffice und Spätdienst. Das heißt, ich brauche eigentlich, es genügt vollkommen, wenn ich um 9.45 Uhr bei meinem Schreibtisch sitze. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt. Ja? Ich habe wirklich alle Zeit der Welt. Theoretisch könnte sogar ein Marathon laufen. Nein, könnte nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Oder ein Halbmarathon von der Zeit her. Körperlich nicht, aber zeittechnisch wäre es kein Thema in der Früh. Ja, so schaut's aktuell aus. Das wäre das, was aktuell in meinem Kopf so vor sich geht. Ich weiß, das ist schon wieder sehr lange. Und darum gehen wir jetzt gleich weiter zum nächsten Punkt. Ja, wie sieht meine, ich nenne es einmal grobe Vorabplanung einmal aus? Angedacht ist ja natürlich dann nächstes Jahr im März der Wien-Marathon, den Halbmarathon. Angemerkt bin ich ja schon. Ich will ihn schneller laufen als dieses Jahr. Was könnte funktionieren? Ob ich meine Zielzeit erreichen könnte? Puh, fraglich, aber egal. Ich weiß, ich sage das jedes Jahr. Ich werde in Wien das allerletzte Mal den Halbmarathon laufen. Punkt. Sag ich jedes Jahr und jedes Jahr lasse ich mich wieder breitschlagen aus irgendeinem Grund. Und laufe wieder. Aber wurscht. Also, grober Plan wäre es aktuell, dass ich sage, wenn ich sage, jedes Monat, ich möchte, also wenn ich sage, ich möchte im September es schaffen, gegen Ende 5 Kilometer laufen zu können. Ich habe einen Podcast gehört, wo sie gesagt haben, das funktioniert nicht. Ah, ja. Dann, im Oktober würde ich dann gerne 10 Kilometer laufen können, Ende des Monats, und so weiter bis Ende des Jahres. Das würde bedeuten, ich hätte mit Jahresende 20 Kilometer, die ich laufen kann. So. Ohne gröbere Probleme. Und wenn ich 20 laufen kann, dann kann ich auch 21,1 laufen. Ist so. Und ich weiß, dass ich ein bisschen Erfahrung habe, ja. So. Ich habe mich gerade angepatzt. Ich bin über 40, ich darf das. Und das heißt, ich kann mit Anfang Jänner beginnen, also mit der Halbmarathon-Vorbereitung beginnen, mit der endgültigen, weil es ist dann nicht mehr lang. Ist in der, der Wiener City Marathon, ist in Kalenderwoche 14. So. Das heißt, ich habe mit, von Ende des Jahres weg, ähm, 14 Wochen Zeit, mich gezielt, darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das ist machbar. Ich glaube tatsächlich, dass das, dass das funktionieren kann. Ich bin davon überzeugt. Und das ist schon mal ein guter Weg. Weil wenn ich mir denken würde, ich schaffe es nicht, dann würde ich es nicht tun. Ähm, auch wenn ich leichte Zweifel, nur leichte Zweifel habe. Aber, ja. Und so gesehen, gehen wir es an. Und ich nehme euch jetzt mit, in meine, hoffentlich, sportliche Woche. Bleibt es dran. Montag, ähm, ganz in aller Kürze, in der Kürze liegt die Würze. Ich war natürlich nicht laufen, haha, ähm, dafür war ich jetzt schon im Fitnesscenter. Das war jetzt schon zwei Tage hintereinander, dass ich gegangen bin. Das ist schon mal sehr, doppelt so viel, als ich in den letzten Wochen und Monaten geschafft habe. Da habe ich es eigentlich nie geschafft, dass ich zwei Tage hintereinander gehe, obwohl oft die Zeit gewesen wäre. Ähm, ja, warum bin ich nicht laufen gegangen? Äh, ich bin zwar aufgestanden und hatte es vor, ähm, war dann aber relativ lang mit, mit Morgentoilette und Katzen beschäftigt. Und dann hätte die Zeit nicht gereicht, dass ich um 5 Uhr ins Fitnesscenter gehe. Ja, ich weiß, ich habe Spätdienst, Homeoffice und viel, viel Zeit, äh, und hätte auch später ins Fitnesscenter gehen können, aber das will ich nicht. Ich will um 5 Uhr gehen, weil ich eben irgendwo die Panik habe, dass wenn ich erst um 6 Uhr gehe, was theoretisch auch, sich auch ausgeht, dass wir einfach zu viele Menschen dann schon dort sind. Ähm, ich war dann heute trainieren bis 7 Uhr, circa hat es gedauert, oder kurz vor 7 Uhr, ähm, war okay, war gut. Und ich war, ich habe etwas gemacht, also ich mache jetzt seit Neuestem etwas, das habe ich früher schon gemacht und dann lange Zeit nicht. Ähm, ich war vor dem Krafttraining 20 Minuten auf dem Laufband gehen, und auch danach nochmal 20 Minuten auf dem Laufband gehen. Ähm, ich habe das früher eben schon mal gemacht, vor einigen Jahren, und das war sehr gut, das hat sehr gut funktioniert, und darum mache ich das jetzt wieder. Ähm, ja, und aus dem Grund war ich ja eigentlich nicht laufen in der Früh, ich wollte eigentlich zuerst laufen gehen, sondern ins Fitnesscenter. Aber das wäre, glaube ich, zu viel gewesen, also versuchen wir das morgen nochmal. Den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann ich eh nicht ins Fitnesscenter gehen, ähm, weil ich da ins Büro fahren muss, Freitag habe ich wieder später ins dem Homeoffice, da geht es sich wieder aus. Ähm, Samstag, Sonntag habe ich eh nichts vor, und das heißt, da kann ich auch wieder gehen, ähm, da ist alles offen, was ich wie wann mache, mache ich, äh, äh, wetterabhängig. Und, ja, Montag drauf habe ich dann wieder Spätdienst im Homeoffice, wenn mich nicht alles täuscht, und so geht es halt weiter. So, und das war jetzt der Montag, und ich begebe mich jetzt in die Arbeit, also beziehungsweise in den Dienst, ähm, und wir sehen uns dann quasi am Dienstag wieder, was sich am Dienstag in der Früh so getan hat. Musik So, sonntagmorgenvormittag, vormittag, es ist kurz nach neun, ähm, ja, ich sitze da gerade bei meinem Frühstück, mit Eier, Käse, Speck, Paradeiser, äh, Gepäck liegt nur da drüben, das sehen wir auch, ähm, das habe ich mir heute verdient, ähm, weil, das war heute die dritte Trainingseinheit diese Woche, und das ist schon mal sehr viel wert, für mich, wenn ich mir die letzten Monate so anschaue, und vor allem, ich war heute das allererste Mal wieder laufen, ja, es war die Hölle, es war tatsächlich die Hölle, und es waren auch nur 15 Minuten, den Rest bin ich nach Hause gegangen, aber, es war ein Anfang, ähm, Entschuldigung, ähm, gestern wollte ich eigentlich ins Fitnesscenter gehen, aber die hatten ein technisches Problem um 5 Uhr früh, und das war kein Licht, also bin ich wieder heimgegangen, ja, ich hätte später gehen können, aber da war ich dann wieder zu voll, so, das war heute anders, Freitag war übrigens auch, und Montag, so, ähm, heute war das anders, ich bin heute zuerst laufen gegangen, dann war ich duschen, dann bin ich noch kurz zu Atem gekommen, und dann, ähm, bin ich trainieren gegangen, Speck, ist gut, zwar nicht gesund, aber gut, ähm, Training war gut, wieder mit 20 Minuten am Laufband gehen, dann das Krafttraining, und dann nochmal 20 Minuten am Laufband gehen, also, und darum habe ich mir das auch heute verdient, daneben schaue ich mir ein kurzes YouTube-Video, schon 2 Stunden, fast 3, und, ja, es war im Großen und Ganzen diese Woche, und ich kann sagen, es geht tatsächlich aufwärts, es geht wirklich aufwärts, und auch mit der Motivation geht es aufwärts, und darum war der Lauf heute sehr, 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 sehr wichtig für mich, einfach dieses, zieh dich an, geh raus, ich mache überhaupt ein paar Laufschritte, kann ich an jedem nur raten, der an so einer Pause drinnen ist, wenn es nur ein paar Minuten sind, es wird eh mehr, und darum werde ich das Ganze versuchen, morgen zu wiederholen, morgen bin ich aber ein bisschen mehr im Zeitdruck, als heute, aber schauen wir, wie es morgen wird, Fitnesscenter morgen definitiv ja, das auf jeden Fall, mit dem Laufen, ich versuche 20 Minuten, ja, und wir werden sehen, aber das werdet ihr dann beim nächsten Video sehen, nicht mehr in diesem, und somit bleibt mir gewogen, und ich genieße jetzt mein Frühstück, und wir sehen uns demnächst wieder, denn der Runde rollt wieder, yeah!